Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit den Jungs, Lasse und Steffen da vorne, bei mir auf den Home Trails. Die haben mich eingesammelt. Wir fahren jetzt ein bisschen näher, damit wir ein paar mehr Trails fahren können heute im Autoline. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Mein Auto ist verkauft, deswegen muss ich auch bei dem mitfahren. Und ich habe noch das Rad. Dig ist ein Duro, komm einen schönen Meter. Gucken, was das kann. Das Newport ist noch nicht weg, Können da kaufen. Richtig fairer Preis, 1000 Euro, wer Bock hat, Pixel One und so. Ja, wir wacen übrigens nicht nur auf den Trails, sondern auch auf der Straße. Da ist Lasse auf jeden Fall schneller unterwegs wie wir. Ja, bis gleich. Es ist kalt. Ja, so Freunde, wir sind fertig und jetzt geht die Sause los. Es ist, weil das noch mal kalt ist. So, alle Wege füllen nach oben und die Trails nach unten. So Freunde, erster Trail hier. Oh, ich glaube, das war gar kein Trail. Freunde, das war ein kleiner Reinfall. Aber der Trail müsste gleich kommen. Müsste. Müsste, wenn er noch da ist, dann fahren wir den jetzt. Klappen wird die zweite. So nämlich. Attacke. Ah. Oh. 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 Was ist das für ein Trail, Julian? Oh. Oh. Scheiße. Ich hab mir irgendwas kaputt gemacht. Ist das interessiert? Da ist nichts kaputt gemacht. Aber das war nur mein Satz mit. Nein. Natürlich. Wenn man gießt, alles gleich. Das war ganz echt mit Feschleiß. Guck mal. Oh. 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 Hier lag ich mit Christian. Alter, Julian! Da kommt der Steffen. Boah! Wow. Abziehen! Wild! Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh... AHHHHH! Achtung! Ja, die haben halt alle gebremst! Boah, ich bin mal eingeklickt! Shit! AHHHHH! Ganz schön dunkel, ey! JAUH! Der war echt blöd! Der war echt blöd! Der war echt blöd! WUH! Inside, inside, ins OHHHHH! Inside, inside, ins OHHHHH! Fahr, 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 fahr! F**k! alter alter das war geil man wow 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 Hallo. Hallo. Gehts hier wirklich? Wow. Alter. Da hab ich ihn mal kurz weggeslippt. Ich würde mal sagen, dass wir wieder Boden rutschen. Ja gut. Das rutscht durch. Siehst du aber nicht? Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dinger, das wird jetzt spannend bei denen. Jörgen ist so deppert! Geilster Clip 2022! Das sind einfach 10 Meter, die da drunter geplonst ist. What? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Höhenunterschied seht und hier geht es senkrecht runter und bestimmt 7 Meter mindestens. Und jetzt kommt der nächste. Es ist komplett am eskalieren, geisteskrank. Oh, ist das rutschig, um einfach sauf, da kommt einer. Oh, oh, oh! 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 Ha 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 Der ist wild, ne? So Freunde, das war es mit dem Video mit den Boys Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst euch gerne mal ein Like und ein Abo da Würde mich freuen auf jeden Fall Nächstes Wochenende Seht ihr, wie wir jetzt noch ehrenloser Ich habe angefangen neuen Trail zu bauen Das habe ich übrigens auch gefilmt, das wer jetzt da sehen Dicken Vlog Und dann kommt Steffen zumindest Lass hat keine Zeit Kommt auf jeden Fall vorbei, wir gehen den Trail einfahren Richtig wild, eigentlich geworden Und ja Danach gehst du mal auf den Weihnachtsmarkt Und den nächsten Tag gehst du wieder Rad fahren Also zwei Tage Trail Action nächstes Wochenende Seid gespannt Wir sehen uns dann, es wird noch wilder Bis dahin, ciao Tschüss 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 Tschüss